Norddeutscher Rundfunk 2021 Also, ich meinte, das Loch ist eigentlichauerhand passiert. Und gegangen. Was mir hier alles gehört hat. Hier macht ihr jeder Angst mit dem Enzyloch. Keiner hat den Mut, hinunterzugehen und zu schauen, was wirklich wahr ist. Wer dort hinunter geht, kommt mit einem geschwollenen Kopf zurück. Oder wird sogar ein Geist. Und dann kommt mit einem Schiff. 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 Das Mögliche ist ja alles. Untertitelung des ZDF, 2020